Musik Hey ho Leute, willkommen zu einem neuen Ego Battle. Es geht schon direkt los, also ganz kurzfristig hier, äh, ja, ne, aufgenommen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall direkt, wenn es losgeht, nach dem Intro. Zwei, eins, ab geht's. Ja, so, ich hätte, egal. So, egal, 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 egal. Wir gehen einfach direkt los. Wer weiß, wie viel ich dieses Mal so reden kann. Also, ob ich konzentriert sein muss, ob ich vielleicht wieder Diaglück habe, wer weiß. Wir müssen auf jeden Fall direkt eine Höhle suchen und so weiter. Ich hole jetzt mir nur diesen Baum, damit ich, äh, genug Sticks und so weiter hab. Und ich nehme jetzt mit einem neuen Programm auf, und zwar DxTory. Und, ähm, ja, mal schauen, wie das so läuft, wie die ganzen Tonspuren so sind. Jetzt muss ich nicht mehr synchronisieren. Also, ich nehme jetzt nicht mehr extra mit Outer City auf, sondern einfach alles mit DxTory. Ja, wir gehen direkt hier rein, wir gehen direkt hier rein, wir gehen direkt hier rein. So, das daneben. Da ein paar Sticks draus machen. Äh, da, 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 da. Was mache ich eigentlich? Ja, okay, Sticks brauche ich trotzdem. Also, egal, ich habe ja hier. Wir haben hier Sachen gekriegt, das Feld ist, das ist so, ist so die komische Angewohnheit vom Ego-Battle, dass ich, äh, dass wir keine Sachen eben haben. Also, ich werde einfach direkt mit Diahacke machen. Ich muss mir die Diahacke trotzdem für Obsidian aufsparen, also müssen wir nur zwei Diamanten finden in meinem Enchanting-Table. Wir haben wieder so 20 Minuten, dann, äh, nach 20 Minuten ist wieder Diamantenabbau-Phase Ende. Und für die Leute, die das scheiße finden, äh, ich kann euch verstehen, ist klar, irgendwie in irgendeiner Hinsicht scheiße und wenn, wenn man dann direkt, äh, Diamanten gefunden hat, so wie ich damals, äh, und die dann nicht abbauen darf, ist natürlich scheiße. Aber, äh, es ist auch gut, weil sonst würde man den ganzen Battle lang über nur in der Höhle hängen und Diers farben, dass man eine ganze Dierrüstung hat. Ich glaube, ihr versteht den Sinn davon. Ähm, ja, so muss man sozusagen eigentlich fast schon raus aus der Höhle nach 20 Minuten, weil es dann eigentlich sinnlos ist. Ja, genau deswegen haben wir diese Regel auch eingeführt und ich finde es auch besser so. So. Ist auch ein bisschen mehr, also es macht einfach ein bisschen mehr Bock. So. Auch wenn es nerven kann. So, dann, äh, holen wir ganz viel Eisen. Hier ist ja, gutes Glück haben wir hier. Dem, so. Fackeln, ihr habt euch mal beschwert, dass es so dunkel ist, dass ich Fackeln machen soll und so weiter. Äh, ja, ihr seht, ich sehe es. Ist in YouTube eigentlich perfekt, genauso wie ich es jetzt auch sehe. Und ich sehe eigentlich genügend und wenn ihr auf nem Smartphone schaut, dann tut's mir nämlich leid, weil auf nem Smartphone ist es wirklich dunkler. Da kann ich echt nix dafür. Aber ich mach aus diesem Grund keine Fackeln, damit einfach, wenn da Fackeln sind, denken die, also wissen die gleich, dass da jemand ist. Und dann suchen die mich auch, sozusagen. Die wissen es sozusagen direkt und darauf hab ich gar keine Lust. Und deswegen setze ich erst recht gar keine Fackeln, damit, sozusagen, das unbesichtigt, sozusagen, aussieht. So. Ja, aber mehr ist hier auch nicht, oder? Weil dann grabe ich mich jetzt direkt runter. Na ja, ich grabe mich jetzt direkt runter. Au. Okay, hier ist noch. Oh, ich dachte, der explodiert. Wow. Ah, okay, er ist explodiert. So, schauen wir hier oben nochmal nach Eisen. Keine Ahnung. So, 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 so. Da ist nämlich noch Eisen. Wie viel haben wir denn schon? 24, wir haben schon unsere ganze Rüstung zusammen. Perfekt. Jetzt halt noch mit Schwerter und Eimern zusammen. Haben wir alles. Uns geht's gut. Uns geht's sehr gut. So. Wenn ihr weitere Fragen habt, das erwähne ich einfach jetzt fast in jedem Video. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schaut doch bitte bei mir auf Ask.fm. Da müsst ihr euch gar keinen Account erstellen, sondern könnt mir einfach anonyme Fragen stellen. Das ist perfekt und deswegen hab ich das auch. Ask.fm, könnt ihr mir einfach irgendwelche Fragen stellen, egal was. Wenn es natürlich doofe Fragen sind, was weiß ich, dann kann ich das auch wegklicken. Also, ich muss es nicht beantworten, was ich auch ziemlich gut finde. Dass ich dazu jetzt nicht gezwungen werde, sozusagen. Alter, die Skelette ziehen da schon richtig was ab. So. Ja, wir müssen uns jetzt... Ach, da ist noch Eisen. Das hab ich vorhin übersehen. Wir müssen uns jetzt einfach irgendwo runterbauen. Direkt stripmine oder so. Ja, Cadillus schreibt ja doch immer, hä? Der schreibt... Du Kackspasti von Creeper! Alter, was geht bei dem, bitte? Was ist bei dem Falls hier? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Oh, ich wär jetzt fast verreckt. Darf man Sachen klauen? Oh, oh. Da geht man gleich schon auf die Weise. Also, ich wär dafür, dass man keine klauen darf in der Friedensphase. Ist ein bisschen mies. War eigentlich bis jetzt aber auch immer so. Ähm. Ja, bei mir ist es gerade egal. Ich hab gerade nichts, was man mir klauen kann irgendwie. Was ist jetzt die... Ah ne, die Crafting Boss hab ich auch. Oh, man darf Sachen klauen. Okay. Ja, aber... Ne, dafür ist mir jetzt die Zeit zu schade. Oh, ich hab Skelette. Hier ist ne Höhle. Ja, perfekto. Ah! Wow! Ich bin da runtergefallen. Oh! Alter! Ja, Mann. Wir haben wieder ne richtig fette Höhle gefunden. Richtig nice. Uah! Oh, nein, 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 nein. Ah! Ey. Ich bagge ihn Block. Uah! Nein! Äh! Knappe Sache. Wow. So. Knappes Ding. Ich hab ne Spinne. 40 Eisen recht locker. Ich hab ne Spinne. Das ist ganz gut für... Komm her, die left the game. Ja, okay. Das ist nichts tragisches wahrscheinlich. Uah, da will ich nicht reingekickt werden. Vielleicht brauchen wir die Lava noch. Versteht. Für Eimer und so. So, dann baue ich hier noch ein bisschen Eisen ab. Aber hier ist... Kommen grad auch irgendwie Geräusche her irgendwo. Ich glaub, bei GOMM ist irgendwas abgekackt. Schade. Natürlich scheiße. Ich will da nur runter. Ja, wett, da ist jetzt aber nix. Doch, da ist ein Lavasee. Das ist schön. Das ist sehr gut. Wir brauchen trotzdem Wasser. Vielleicht ist hier noch irgendwo Wasser. Ja, ich hör Wasser. Weil da machen wir uns Wasser ein und können dann Obsidian erstellen. Sozusagen. Wie ihr wisst. Da hinten ist Wasser. Aber hier ist auch Wasser. Ja, ich hör's. Da haben wir Obsidian. Okay, da hätten wir jetzt schon Obsidian. Okay, aber... Warte, ich kann das Wasser weiter fließen lassen. Müss dich, warte, müss dich. So, okay. Gut, dann haben wir hier... Ja, das ist fatal. Wie ich da jetzt runterge... Geschleudert werden würde. So, jetzt hol ich mir erstmal vier Obsidian. Damit ich auch keine Angst mehr haben brauche. Dass ich meine Spitzhacke irgendwie bewahren muss, sozusagen. Dass ich sie noch aufheben muss, dass sie nicht kaputt geht oder irgendwie sowas. So, dann holen wir jetzt direkt Diamanten. Die Folge ist natürlich wieder in zwei Teile unterteilt. Einmal diese Aufbaufase und einmal die Battle-Phase. Mal schauen, wie wir diesmal abschließen würden. Letztes Mal haben wir auch erst ziemlich spät Diamanten gefunden, aber dann halt richtig viele. So, noch einen. Und dann haben wir's. Oder hab ich schon vier? Ne, drei. Äh, ja, ich kann nicht zählen. Ich bin ein bisschen aufgeregt auch. Aber bin ich immer bei einem Battle, weil man will ja nicht verkacken. Ich hab irgendwie das Gefühl, Saronic will Rache. Wow. Hab ich richtig das Gefühl, dass der Rache will. Aber ich brauch jetzt trotzdem einen Eimer. Ganz easy, weil ich dann besser drum komme. So, dann brenne ich aber mal Eisen. Oder warte, ich mach noch einen zweiten Ofen. Brenne ich erstmal ein bisschen Eisen. So, okay. Ähm, eventuell, ja, suchen wir einfach hier ein bisschen weiter. Nach Dias. Während das hier brennt. Sonst gehen wir dann drüber über den Lavasee. Ah. Uh. Und halt hier. Bisschen Stripmine kann nicht schaden. So. Mehr Lava. Da müssen wir auch hin. Da wo Lava ist, sind Diamanten. Eigentlich. Ist so eigentlich. Auch da meist, wo Redstone ist, sind Diamanten. Also sehr oft so. Ich baue das Restone ab, damit ich XP bekomme. Nennt mich nicht schlecht, so. Okay. Umschauen, umschauen, umschauen. Dias, 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 Dias. Boah, ich brauche unbedingt einen Wassereimer jetzt gleich. Unbedingt. Brauche mal Dias. Äh. Nein, du gehst weg. Ja, ich brauche unbedingt einen Wassereimer. So, da waren die restlichen Stakes. Diesmal mussten wir uns ja nicht drüber kümmern. Ist ja eigentlich ganz cool gewesen. No, ey. Skuddle, ey. Äh. Was tust du hier? Ja, okay. Ich mache mir schon mal Rüstung. Und dann halt jetzt noch den. Dann. So. Okay, dann, äh. Das da schnell. Und dann das da. Das da da hin. Der Zorn kann weg. Die Schaufel kann weg. Das kann eigentlich weg, so. Dann mache ich jetzt ein Eisenschwert. Lava-Eimer. Und dann auch ein Wassereimer. Fuck, wir brauchen ein Buch. Ah, da müssen wir nach oben. Ja, das merke ich echt früh, dass man da noch ein Buch braucht. Ja, ja. Scheiße. Okay, fuck. Aber das können wir schaffen. Das können wir alles schaffen. Wo ist hier Wasser drin? Wo ist hier irgendwo eine Wasser... Ah! Das ist ein Creeper. Oh, wo ist die scheiß Hauptwasserquelle? Dankeschön. So, und der Creeper... Zieht uns nicht viel ab, Gott sei Dank. So. Dann will ich erst mal hier... Ne, 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 ne. Ey, da ist wer. Ey, verpiss dich. Meine DIA-Suchstelle hier. Ey, willst du mich verarschen? Ich dachte gerade, mein Wasser ist weg. Hallo, Tim. Wie geht's so? Ja, toll. Das ist jetzt scheiße. Ah, hier sind nirgendwo DIAs. DIA, Pech, DIA, Pech. Ja, okay. Man muss auch mal Pech haben. Man kann nicht immer Glück haben. Leider. Aber mit Eisensachen bin ich eigentlich schon gut dabei. Aber zwei DIAs wären es trotzdem. Zwei DIAs wären einfach nur Epic. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Ihr habt zwei DIAs allein schon. Wären richtig Epic. Dann könnten wir nämlich einen Enchanter-Band machen. Wir müssen den nur noch schnell in die Oberfläche. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Ah, da ist immer... Da ist auch wieder jemand. Mann. Was macht die hier alles? Meins! All is meins. All is meins. Ja. Wer ist denn das? Michi. Okay. Ja. Gut. Äh. Hm. Strip mine, strip mine. Sieben Minuten, sieben Minuten, sieben Minuten. Strip mine. Ah, okay. Lol. Hallo. Welt und alle, die sie bevölkern. Ah, ja. Okay, das bringt mir jetzt aber auch nix. Wir strip mine, wir strip mine. Und dann kommen wir wieder hier irgendwo raus. Mhm. Ja, toll. Hier ist strip mine weiter. Mhm, 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 mhm. Naja, hier sind Gänge von ein paar anderen Leuten. Oder wahrscheinlich von Tim oder von... Oder waren es meine Gänge? Ne, das waren nicht meine, oder? Maa. Da war ich schon. An sich ist es voll scheiße, wenn Tim da ist. Der kann mich dann direkt holen. Das ist richtig kacke. Hey, im Ernst. So eine fette Lava-Scheiße und da ist kein Tier. Das wird mich ja jetzt wundern. Das... Hey. Hey, komm. Hey, wake up. Hey, das ist ja jetzt wohl unlogisch. Ja, da kommt da irgendjemand rein, hoffentlich so. Äh, ja. Hä? Ne? Dass da keine Dias sind, ist voll unlogisch irgendwie. Ja, boah. Was soll man dazu sagen hier? Einfach richtiger Scheiß. weiter suchen. Graben hilft nix. Graben ist so Zeitverschwendung. Junge Kuddel, du hast keine zwölf Dias, ey. Was labert der? Ach, jetzt hab ich nen Eisenblock hingesetzt. Scheißegal. Kuddel hat doch keine zwölf Dias. Und wenn er halt genauso viel Glück wie ich. Das gönne ich dem aber auch mal. Trotzdem wäre so ein Entschalter trotzdem echt lieb. Ich müsste jetzt nur Dias finden. Lol. Okay, lol. Eisen. Weizenbrot. Strings für nen Bogen. Ja, man. Immerhin das. Äh. Äh. Immerhin noch das da. Immerhin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah. Bisschen haben wir noch. Bisschen haben wir noch. Echt mies sowas, wenn man hier nix findet. Obwohl nicht locker was da sein müsste. Aber wie viel extrem viele Höhlen ich finde hier. Aber dass die in diesen Höhlen keine Dias sind, ist unlogisch. Das find ich ja so unlogisch. Mal sind da immer Dias. Immer. Aber wirklich immer. Was ist das für ne Welt, ey. Gomme, was hast du getan? Ist ja glaub ich von Gomme... Ja, das ist von Gomme organisiert. Bin schon wieder leicht verplant. Was ist geschehen? Wow, Smaragd. Ja, Nodob, ne? Wow. Bei mir, wow, Redstone. Äh. Hier ist gar nix. Wirklich gar nix. Gold. Oh, das war ne Tarnung von Nodob. Das kann natürlich auch sein. Wow, 18 Dias. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Alter Kaddel. Boah, ne. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, das werden wir ja sehen. Aber irgendwie hab ich grad die ganze Zeit das Gefühl, dass es doch wahr ist. Aber wenn ich das habe, dann schreib ich nicht in Chat. Das ist viel witziger, wenn dann so jemand kommt, bist du Ronny, und er dann total verwundert ist und man ihn klatschen kann. Das schreib ich doch nicht rein, dass ich da trotzig ja dann keiner zu Kaddel hin. Ist ja dann scheiße. Irgendwie weiß ich nicht. Die sollen dann lieber zu einem kommen und dann zack, klatschen sie alle. Komm, wir klatschen Kaddel. Habe ich jetzt mal so in der Wärmung gezogen. Das gibt es doch gar nicht. Blocksbleche der Ground to Hard. Oh, das ist mies. Aber du, wo? Wo hat der Ground to Hard? Mies. Hier ist gar nichts. Ist ja die... Ne, das ist nicht die Oberfläche, ne. Äh, ja. Was machen wir? Was? Wir studieren hier. Keine Ahnung. Hä? Schon wieder irgend so einen Höhlen-Scheiß gefunden. Ach ne, da habe ich mich doch lang gekramt, oder? 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 Kann sein. Ne, ne. Ich komme von woanders. Mann, es gibt es nicht. Diamanten. So viele Höhlen und keine Diamanten. Das ist total unlogisch. Das ist wieder typisch Minecraft-Logik. Nämlich gar keine Logik. Weil, man findet richtig fette Höhlen und gar keine. Ist irgendwie total komisch. Verstehe ich es nicht. Boah, bevor ich hier verrecke, ey. Mist. Ja, ich sage es mal so. Man kann ja nicht immer Glück haben, ne. Glück gehört dazu. Und man kann es leider nicht immer haben, dieses tolle Glück. Aber egal. So. Gehen wir wieder hier irgendwo hin. Ich schmeiße hier dann gleich mal ein paar Sachen weg. Da hinten geht es auch weiter. Lol. Ach so, das war das hier. Ach so, ja, okay. Okay. Wie lang noch? Ja, stimmt eigentlich. PvP ist an. Okay, ja, dann. Ähm, dann schaue ich jetzt erst mal. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg, 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 weg. 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 Brauche ich vielleicht. Weg damit. Gut, dann ab geht's nach oben. Weg damit, weg, 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 Vielen Dank.